Leben und trainieren wie ein Tennisstar. Möglich ist das an den DTB-Bundesstützpunkten. Erstklassige Trainingsbedingungen, professionelle Betreuung und moderne Wohneinheiten. Das nutzen die Profis, aber vor allem die besten Nachwuchstalente und natürlich auch die Bundestrainer für ihre Lehrgänge. Wir stellen euch die DTB-Bundesstützpunkte vor. Stuttgart-Stammheim ist schwerpunktmäßig die Anlaufstelle für die nationale Spitze bei den Damen wie Laura Siegemund und dem weiblichen Nachwuchs ab 16 Jahren. Verantwortlich ist Barbara Rittner zusammen mit Bundestrainerin Jasmin Wöhr. Der Standort wurde 2019 komplett modernisiert und bekam ein zusätzliches Sportlerhaus mit dem Konzept eines Internats. Als Fernunterricht bietet sich das Sportgymnasium in Mannheim an. Carmen ist seit 2019 der neuste Bundesstützpunkt und beherbergt insbesondere die besten weiblichen Talente zwischen 14 und 16 Jahren. Auch hier ist Barbara Rittner gemeinsam mit Bundestrainer DTB zuständig. Zudem sind viele Profis wie Katharina Gerlach und Jan Lennart Struff dort. Das direkt angrenzende Jugend- und Gästehaus ermöglicht eine Kombination aus Training, Leben und Lernen, wobei mit städtischen Schulen zusammengearbeitet wird. Oberhaching ist besonders für die Spitze der Herren wie Philipp Kohlschreiber und Yannick Hanfmann beliebte Wahlheimat sowie Sammelpunkt für viele der besten deutschen Junioren. Sportlicher Leiter ist Michael Kohlmann. Die Tennisbase wurde vor kurzem hochwertig modernisiert, wobei die sportliche Infrastruktur und die des Internats erweitert wurde. Wohnungen direkt am Trainingszentrum und Kooperation mit Schulen in unmittelbarer Nähe ermöglichen kurze Wege. Am Bundesstützpunkt Hannover sind speziell männliche Junioren und Jungprofis ansässig, die unter den Bundestrainer Peter Pfannkoch, Jan Feldhüß und Philipp Petschner trainieren. Aber auch einige der besten weiblichen Talente. Die Tennisbase besticht durch ein besonderes Konstrukt, bei dem das Internat inklusive Küche räumlich in den Stützpunkt integriert ist. Zudem besteht eine Zusammenarbeit mit der Elite-Schule des Sports Hannover. Vier DTB-Bundesstützpunkte – ein Ziel, die Athletinnen und Athleten bestmöglich zu fördern. Spannende honesty, die Psych komplette sind komplett mit den Mittelpunktformationen markt hierheraven. Spannende